Papa-Platte-Cock-Strip-Streamer ist Genau das Was heißt Bongiorno auf Mittag? Ähm, Bongiorno heißt, äh, schönen guten, ähm, Fußpilz Nee, Moment, oh Bitte, Kevin Danke, Bruder, du bist der Beste Ich möchte einen fetten, riesen Mini-Knödel in den Mund nehmen Was? Kevin hat wirklich, also man denkt ja, dass Kevin einen Riesen hat Aber Kevin hat einfach einen Miesen Also der ist wirklich eklig und klein Und stinken tut der fein Und deshalb passt der in jeden Mund hinein Wär's für euch der echte Niek? Nebelniek oder Niek? Das ist eine blöde Frage Warum habe ich das nicht so laut gesagt? Ich habe sogar die Powerbank, ich habe genau dieselbe Da läuft im Hintergrund, äh, wäh, wäh, wäh Hä? Bei dem im Hintergrund läuft Wabbeldi-Bab? Junge, wie geil Kevin Kevin, deine Storys jucken echt keinen Wie, du hast dich nicht weitergebildet? Wie, du hast dich nicht weitergebildet? Hast du dich überhaupt schon irgendwann mal gebildet? Wie viel Leben der dann hat eigentlich, ne? Das ist echt crazy Ja, ja, true Nein! Was machen wir jetzt? Trimax und Gefühle, Digga Ich glaube, wenn Trimax bei einem Autounfall wäre Und da stirbt jemand vor seinen Augen Würde Max auch sagen, ähm Soll ich jetzt Muss ich jetzt hier helfen, oder? Äh Vielleicht einfach Also, ich Ich meine, der hat jetzt gerade seine Mutter verloren Der Junge, aber ich Oh, Matra Hast du nicht einen kleinen Crush auf Mochi? Ich habe einen Crush auf Papa Platte Oh, die habe ich schon ganz oft auf TikTok gesehen, Digga Die, ähm Die, die muss auch Die muss auch Die kriegt auch Die wird auch ein Dating Also, wenn Also, ich halt einfach meine Fresse Wait, wer hat einen Crush auf mich? Mhm Kann man die nicht verübeln, Digga Klar kann man die das verübeln, Digga Wer einen Crush auf dich hat Ist entweder besoffen oder dumm Aber ich habe einen Crush Die ist 17 Ich habe nichts gesagt Nichts Das Nichts Also, wo ich jetzt Also, im Ende Nichts habe ich damit Also, ich muss hier Wir machen Ich Wartet Wir machen folgendes Wir fahren rückwärts Wir fahren rückwärts raus Wir fahren rückwärts raus Und halten uns zurück Wir halten uns zurück Wir fahren rückwärts rein Warten ein bisschen Wir parken jetzt wieder ein Ziehen ein neues Ticket Stecken das in die Tasche Und vergessen Komplett, was passiert ist Alles klar, danke Ich will Leute, die ein cooles Overlay haben Dementsprechend Da werden wir wahrscheinlich Nicht auf einen Nenner kommen Paul Platt hat mich gerade gedisst Als ob Nein, nein, nein Nein, nein Ja, schade Ich meine Du kannst ja Also, du könntest Also, vielleicht Ja, schade Kann mir bitte jemand Ein Overlay machen? Bitte Ich geb dir 10 Euro Wieder rein Sie ist 18 Ich Ich hab erstmal heute Abend Ein Date mit Antonia Das ist meine Traumfrau Lasst mich in Ruhe Habt ihr nicht die Lecks gehabt In der Login? What, bist du eigentlich nicht derjenige Der mal rausgehauen hat Dass Griechenland direkt neben Deutschland ist? Ist es doch oder nicht? Digger, Griechenland und Deutschland Da sind 20 Länder Dazwischen Bro, ich weiß grad auch nicht Digger, wo ist sie, hä? Ist Griechenland nicht links Unter Frankreich oder so? Boah, Danny, halt Deine Fresse, Alter Ich will Einen Stream machen Wo ich Danny einfach Drei Stunden was beibringe Und dann soll der am Ende Ne Klassenarbeit schreiben Und wenn der die verkackt Dann nehm ich Anlaub Und schlag den so in die Fresse Das regt mich so auf Wie kann ein Mann so dumm sein? Wir brauchen Einen Aufbruch in der Bildungspolitik Was mit Dietrichs? Der ist heute bei der Komulion seines Bruders Komulion Der wird heute Komulion ist, glaube ich, getaufen Komuliert Nein, nein, der wird komuliert Voller Sonne ist echt zu laut Ups Der Tattoo Ah, ich hab sowas nicht Ist es ein Greenscreen hinter dir? Actually nicht Achtung Ich zeig's euch Es ist kein Greenscreen Warte Alles echt Alles real So Geil So Geil Mitten im Grün So Geil Ich habe Seit Fünf Tagen Nicht gewixt Max Fünf Tage Nicht wichsen Let's go Fünf Tage Nicht mehr gewixt Du auch Glückwunsch Fünf Tage Hab ich gut gemacht Ich hatte schon einmal 14 Mal 14 Mal Junge Das können die Leute Mit so einem ganz kleinen Schrumpelcock Das geht doch gar nicht Back in the day Mit 16 oder so Digga Es ist Ich hatte auch schon Achtmal an einem Tag Sex Glaub mir, Bruder Es ist Also, dass du Achtmal an einem Tag Sex hattest Ist sowas von gelogen Ich bezweifle sogar, Kevin Dass du achtmal In deinem ganzen Leben Überhaupt Sex gehabt hast Harte Zeiten, Digga Oh Nemo, guck mal Oh shit Nicht schon wieder Das wird nicht geklippt Mensch, ey Jetzt kommt aber langsam Der Nudelauflauf durch Junge Irgendwann scheißt Monte Sich doch in seiner Inkontinenz Einfach ein, Digga Der wird sich doch Einfach irgendwann Vollscheißen Onstream Und dann kommt Agatha Und muss seinen Arschloch Sauber machen Na toll Achso, du bist direkt hinter mir Der hat einfach Den Aquariumreiniger angefutzt Das hab ich nicht gesehen Wie unverschämt Wieso Ey, wenn ich der Mann wäre Der das Aquarium sauber macht Würde ich so zurückfurzen, Digga Ich würde Agatha Tommy anrufen Alle drei um den rum Drei Und dann furzen die alle mal richtig So Ich hab so einen Seiten Schulterblick Und ich hab gesagt, das ist auf der anderen Seite Schulterblick, einfach wie beim Autofahren Drei Kaisenberg, Dankeschön Oh, oh Oh, oh Oh, yeah Immer an Weihnachten Egal Oh, scheiße Du, mein ganzes Setup Ist voll mit der Scheiße, Digga Egal Oh Quats Oh, ja Ja, ja Aaaaaaah Alec Zochti Juchti Dankeschön, Bro Irgendwann gettet man dann halt Kängurus Sind einfach Sind einfach Tiere So, Fabo Und das gibt an der Stelle Einen Fetten Cancer-Stream, Bro Scheiße Nennen sie etwas, dass Frauen besser können als Männer Gar nix Oh, hier ist auch eine Kuh Okay, warte, was heißt KFC Bucket Also, tötest du einfach einen Hahn? Fremd-G empfinde ich 69 Oh, das ist Nox Mein größter Konkurrent Fremd-G 69 Gute Seide Also Da haben wir uns da Also, kennen So Nein Abs курsen Brand save Brand save Boat Ich Matte Holy shit, den George Einen Let's go Dann Ihr habt ein klein Schnidel Er ist wieder Mein Pum Oh Ich will wieder sein Schnners Bade Ja, ich will ihn Wer das nicht fühlt, hat an die Schwänze gelutscht. Wieder mal kein Konzept, Videos, die keiner checkt, check die Klicks, ich mach Memes für die Kids, stecke so viel Arbeit in die Videos, sieht man das, aktiviert die Glocke, damit die auch nix verpasst, meine Clips, so ein geiles Produkt, täglich neue Videos, denn ihr kriegt nicht, nur, 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 nur.